Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Ark Survival Evolved. Ich möchte heute ein Lystrosaurus zähmen, der ist jetzt gerade mit dem Patch 240 released worden und ich werde mich jetzt mal auf die Suche nach ihm begeben. Soweit ich weiß, braucht ihr für den Rare Flowers oder Medjugberries und er wird wohl passiv gezähmt. Ich bin gespannt, ich werde mich jetzt auf die Suche nach einem begeben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da haben wir einen super kleinen Sinti. Ist jetzt hier Level 12 und ihr seht schon, ich habe die Rare Flower auf den letzten Slot gepackt und dann steht hier auch, also Feed Rare Flower to Tame. Und dann funktioniert das Ganze auch. Soweit ich jetzt, wie gesagt, informiert bin, sollen auch die Medjugberries gehen, deswegen versuchen wir das einfach auch mal. Zumindest wenn er wieder hungrig ist, der Gute. Und wie ihr schon seht, sie sind sehr passiv, also in dem Sinne sehr einfach zu zähmen. Ich meine auch auf der... Ah ja, Medjugberries geht auch. Okay. Aber dauert dementsprechend länger. Okay. Dann wechseln wir mal wieder auf die Rare Flower und warten, bis er hungrig ist. Und soweit ich wohl auf der Homepage gelesen habe, geht das wohl mit den Rare Flowers relativ schnell, die zu zähmen. Also ich habe jetzt meine Zähmrate hier auf 3,0 beispielsweise. Na komm schon, sei hungrig. Okay, einmal noch und dann haben wir es. Und ihr braucht für den keinen Sattel, also er ist nicht reitbar, aber es ist wohl so, dass er in einem gewissen Umkreis die Erfahrung steigern kann. Also sprich sowohl einmal für ihn selbst auch, als auch für die anderen Dinos. Und ich meine auch für einen selbst. Gucken wir gleich mal, wenn wir ihn haben. So, Lystrosaurus. Okay, den Namen lassen wir jetzt mal ganz kurz. Jetzt gucken wir mal. Pet it. Ist das dein Ernst? Was war das denn für ein... Oh mein Gott, was war das denn für ein Tänzchen? Dein Ernst? Aber ich denke mal, jetzt ist es so, dass man... In einem gewissen Umkreis mehr... Ah, da seht ihr es schon jetzt. Da ist der Pfeil über ihm. Ist das jetzt auch, wenn er hier... Beispielsweise bei... Ja, okay, jetzt bekommt Melody auch mehr Erfahrung. Ist über mir auch... Ja, wahrscheinlich in der Kameraansicht sehe ich das jetzt nicht. Schade. Aber ich denke mal, dass das auch für mich wirkt. Interessant. Okay, pet it. Können wir es auch wieder ausschalten? Sehe ich jetzt nicht. Ah gut, das war ja ein Tänzchen. Ich sah ja sehr lustig aus. Okay. Dann würde ich sagen, war das der Lystrosaurus mit einem Lag von Ark zum Abschluss, selbstverständlich. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.